Hallo und herzlich willkommen zum Wetterupdate vom 3. bis 8. Juni 2018. In den letzten Tagen sind wieder schwere Unwetter über Deutschland hinübergezogen. Wie hier auf dem Bild zu sehen, ist in Hessen wieder ein kleiner Bach über die Ufer getreten und hat ziemlich großen Sachschaden angerichtet. In anderen Landeszeilen kamen große Hagelmengen vom Himmel, die teils auch die Ernte beschädigt haben. Es gab auch schwere Sturzfluten, die zum Beispiel auch wieder hier in Hessen den Bahnverkehr zum Erliegen gebracht haben. Schwere Überschwemmungen, die Millionen Schaden angerichtet haben. Hier sind auch Menschen ums Leben gekommen. Es wurden Überschwemmungen gemeldet in weiten Landesteilen. Und ja, damit zum Wetter erstmal für die nächsten Tage. Es geht wieder so weiter wie auch die letzten Tage. Es bleibt weitergehend heiß und gewittrig. In den Norden bleibt es auch weitergehend trocken, aber es ist Wetterbesserung in Sicht, denn auch da können ab Montag, Dienstag Gewitter auftreten, aber eben nur örtlich. Und das bildet die Trockenheit im Norden und Nordosten wieder weitergehend weiter. Dort werden in den nächsten Tagen auch 29 bis 31 Grad erreicht. Im Süden Deutschlands 28 bis 31 Grad. In den anderen Landesteilen werden 24 bis 28 Grad erreicht. Im Nordwesten werden 19 Grad erreicht. So um die Ems rum im Nordseebereich. Da ist es etwas frischer. Die Aussichten für die zweite Wochenhälfte sehen wieder weitergehend sommerlich aus. Es bleibt weitergehend heiß. Die Temperaturen gegen nochmal ein Stück nach oben. Wirklich können dann sogar 32 bis 33 Grad erreicht werden. Die Gewitterkapazität nimmt auch wieder zu, dass in weiten Landesteilen wieder Gewitter gemeldet werden. Die Aussichten über den 6. hinaus sagen sogar, dass die Gewitter wieder bundesweit auch zu tragen kommen. Am kommenden Wochenende tut sich das auch nochmals verstärken. Dabei gehen aber die Temperaturen zurück. Es bleibt größtenteils bewölkt und es werden nun mal Höchstwerte bis 24 Grad erreicht. Das war das Wetterupdate von heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.